Und damit kommen wir nun in Phase 2 des Stresszyklus. In Phase 1 haben wir Gefahr wahrgenommen, dann sind all diese Hormone ausgeschüttet worden und unser Körper ist zur Hochleistungsmaschine gemacht worden, damit wir jetzt für Phase 2 des Stresszyklus bestmöglich vorbereitet sind. Und wenn man sich den Säbelzahntiger nochmal anschaut, dann haben wir es auch bitter nötig. Jetzt zu kämpfen, jetzt zu fliehen von einem Säbelzahntiger, ist eine große Herausforderung. Deswegen überlegen wir doch mal kurz, was sind denn realistische Szenarien und was ist eher so eine Art Wunschdenken? Zum Wunschdenken gehört zum Beispiel, dass wir jetzt in einen 1 gegen 1 Kampf gehen und dem Säbelzahntiger einfach eine runterhauen und den damit erlegen. Das ist sehr unwahrscheinlich. Der wird uns im Kampf 1 gegen 1 in der Regel bezwingen. Da haben wir keine Chance. Wenn es überhaupt zu einem Kampf kommt, dann ist es eher 5 gegen 1, 10 gegen 1 und dann ist es aber auch oft so, dass der Säbelzahntiger gar nicht erst angreift und sich sagt, 1 gegen 1 hätte ich gemacht, 1 gegen 10 ist mir heute zu anstrengend. Wir können natürlich auch Waffen dabei haben, aber Waffen zu dieser Zeit heißt halt sowas wie spitzer Stock, spitzer Stein. Viel mehr gab es nicht. Auch da ist im 1 gegen 1 nicht viel zu holen. Egal wie, wenn es zum Kampf kommt, ist es ein kurzzeitiger, ein hochintensiver Kampf. Das ist kein Schwergewichtskampf, der über 12 Runden geht. Dieser Kampf ist mit dem ersten Kontakt sofort vorbei. Das ist ein wichtiges Motiv. Kurze, hochintensive Muskelanstrengung beim Kampf. Kommen wir zur Flucht. Bei der Flucht gibt es auch eine Art Wunschdenken. Wunschdenken wäre es zum Beispiel, wenn ich sage, ich drehe mich jetzt um und laufe einfach so lange geradeaus, bis dem die Puste ausgeht. Das wird wahrscheinlich nicht passieren. Der selbezeitiger ist schneller als wir, der ist viel ausdauernder. Wir werden den nicht abhängen können. Das heißt, realistisch gesehen ist eine Flucht sowas wie, es ist ein 100 Meter Sprint, wir haben 30 Meter Vorsprung und jetzt müssen wir innerhalb von 70 Metern auf einen Baum hochkommen, wo der nicht hochkommt. Oder eine Feldspalte, wo der nicht reinpasst. Oder, das ist der häufigste Fall, wir waren mal kurz austreten, wir waren kurz auf dem Klo und haben uns von der Menschenherde entfernt und jetzt sprinten wir 70 Meter zurück in die Menschenherde und auf einmal sind wir unter 200 anderen. Und jetzt sagt sich der Säbelzahntiger, eins gegen eins hätte ich gemacht, eins gegen 200 mache ich nicht. Das ist ein realistisches Fluchsszenario. Wichtig auch hier, die Flucht ist kein Marathon, sondern ein kurzer Sprint. Es ist nicht lang andauernde, ausdauernde Muskelaktivität, es ist kurzzeitige, hochintensive Muskelaktivität. Das ist beim Kampf so, das ist bei der Flucht so. Und das ist wichtig, denn diese kurzzeitige, hochintensive Muskelarbeit, die baut jetzt all diese Stresshormone automatisch wieder ab. Intensive Muskelanstrengung baut Endorphine ab, baut Cortisol ab, baut Adrenalin ab, baut die zur Verfügung gestellte Energie ab. Und die Stressreaktion reguliert sich damit selbst. Wir müssen uns nicht darum kümmern. In der Evolution passiert das alles automatisch. Und das ist sehr wichtig, denn kurzzeitig sind diese Stresshormone im Blut völlig unproblematisch, aber langfristig die im Blut zu haben, kann zu großen Problemen führen. Gerade Cortisol, Dauerkortisol, kann unglaublich schädlich sein für den Organismus, ist aber nie passiert. Wir mussten uns da nie drum kümmern. Wir mussten auch nie aktiv Cortisol abbauen, denn die Evolution hat dafür gesorgt, dass das automatisch passiert. In dem Moment, wo ich kämpfe oder fliehe, reinige ich mein Blut selbst von all diesen Stresshormonen. Und deswegen kann man sagen, das Schlimmste, was damals hat passieren können, ist, was wir gefressen wurden. Aber niemand hat es damals geschafft, einen Burnout zu bekommen. Die Zeiten waren einfach, im Sinne von, sie waren zwar hart, es waren keine leichten Zeiten, aber sie waren eben auch wenig komplex. Unsere Biologie hat wunderbar zu unserer Außenwelt gepasst und deswegen hat es niemand geschafft, einen Burnout zu bekommen. Wir sind logischerweise Nachfahren derer, die damals weggekommen sind, die überlebt haben. Und das sage ich nicht umsonst. Das ist der Grund, warum wir heute so viele Probleme mit dem Thema Stress haben. Das liegt nicht daran, dass wir heute zu weich sind, dass es uns zu gut geht. Das liegt nicht daran, dass wir irgendwas falsch machen. Es liegt einfach nur daran, unser Körper ist darauf getrimmt, mit jeder Faser eine möglichst intensive Stressreaktion zu erleben. Schon bei Kleinigkeiten. Alle anderen Menschen sind ausgestorben. Du kannst dir ja vorstellen, was passiert ist, wenn du damals so ein Lebemann warst und hattest so ganz wenig Stressreaktionen. Dann bist du so in der afrikanischen Savanne rumgelaufen und hast dir gedacht, oh, wie interessant, total cool alles, total aufregend, oh, da hinten im Hohen Gras, da raschelst, das schaue ich mir mal aus der Nähe an. Ja, die Leute sind dann im Laufe der Zeit immer weniger geworden. Unsere Vorfahren, das waren so die, die von allem gepeinigt waren. Die haben schon beim Windstoß eine Panikattacke bekommen, sind weggerannt, oft gar nicht von einem wirklichen Säbelzahntiger, sondern von einer eingebildeten Gefahr und die hatten ein super unglückliches und gestresstes Leben. Und deswegen haben die überlebt und wir sind deren Kinder. Deswegen Faustregel Nummer eins im Stressmanagement. Das nächste Mal, wenn du gestresst bist, mach dir keine Selbstvorwürfe. Es ist nicht deine Schuld. Du machst auch nichts falsch. Es ist einfach nur deine Biologie. Übrige blieben sind nur noch die, die eine besonders intensive Stressreaktion erleben. Biologisch gesehen sind wir nicht gut darauf vorbereitet, ein zufriedenes und glückliches und gelassenes, entspanntes Leben zu führen. Und es ist okay, wenn wir gestresst sind und wenn wir uns manchmal schwer tun. Das liegt an unserer Biologie.